Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist Prime Day 2021. Heißt natürlich jede Menge Schnäppchen im Bereich Smart Home und Technik. Und ich werde euch selbstverständlich auch wie die letzten Jahre bereits immer auf dem aktuellsten Stand halten und euch mehrfach am Tag während dem Prime Day, der ja die nächsten zwei Tage andauern wird, einmal alle Deals aus der Smart Home und Technik Branche präsentieren. Für alle, die sich schon mal einen Eco Show 5 kaufen wollten, gibt es heute richtig gute Neuigkeiten. Dieses Gerät gibt es anstelle von standardmäßig zumindest angegebenen 90 €, zugegebenermaßen den gibt es auch oft für 50 oder 60 €, allerdings heute und natürlich den gesamten Prime Day für 40 €. Super Deal für den Eco Show 5. Link natürlich zum Angebot ist einmal für euch unter diesem Video in der Infobox. Dort gibt es auch noch mal alle technischen Details. Wenn ihr ihn haben wollt, seid auf jeden Fall schnell und sichert euch dieses Gerät. Einer der zu Recht meiner Meinung nach besten Eco Shows auf dem derzeitigen Markt, zumindest was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Super schickes Design, schon das komplett neue Stoff umhandelt wie Design, was man auch bei den ganz neuen Geräten findet. Sehr, sehr schön, was man hier beim Eco Show 5 damals gemacht hat und ich persönlich habe ihn einfach wirklich schätzen gelernt. Das Display ist absolut ausreichend, dass man hier definitiv Informationen ablesen kann und das Weitere, was natürlich den Eco Show 5 auszeichnet, ist dann ausgezeichnete Audioqualität im Verhältnis zur Größe. Das heißt auch hier habt ihr ein Gerät, was ihr wirklich als schöne Audiobox nutzen könnt. Natürlich im Zusammenspiel mit dem Display bekommt ihr alles mit, was die Großen auch können. Aber was ich hier wirklich super finde, ist, dass er ebenfalls einen Schieberegler für die Kamera besitzt, damit auch wirklich universell überall einsetzbar ist und natürlich auch alle andere Technik in sich hat, die auch die ganzen Großen, die teilweise das Doppel- oder Dreifache kosten, absolut abliefern können. Hier hat man den riesengroßen Vorteil, dass er sich ebenfalls auch mit allen smarten Geräten koppeln lässt. Heißt, ihr könnt hier definitiv nicht mal über den Touchscreen eure Lampen steuern, sondern ihr könnt auch alle Kameras aufrufen und habt damit so eine Mini-Smart Home-Zentrale genau im Mittelpunkt. Für 40 Euro ein absoluter super Deal, meiner Meinung nach und super geeignet natürlich für euch zu Hause. Wenn ihr so ein Gerätschen immer mal haben wolltet, sichert ihn euch. Für 40 Euro ein Link zum Angebot ist für euch, wie gesagt, in der Infobox. Dort gibt es nochmal alle technischen Details. Habt ihr Fragen, gerne einfach alles in die Telegram-Gruppe oder gerne auch in die Kommentare schreiben und ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Ich hoffe natürlich, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne hier auf YouTube ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, sehr, sehr gerne auch die Glocke aktivieren. Dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. In der Infobox findet ihr alle Kanäle, unter anderem auch den Discord. Selbstverständlich werden wir auch dort exklusive Deals teilen, deswegen lasst auf jeden Fall dort auch einmal einen Besuch da. Und natürlich würde ich mich unfassbar freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihr mir hier auf YouTube ein Abo da lasst, dann verpasst ihr nichts mehr. Jeden Tag in der Woche gibt es alle aktuellen Deals, Reviews und natürlich auch alle News aus der Smart Home und Technik Welt. Deswegen gerne ein Abo da lassen und ihr seid immer auf dem aktuellsten Stand. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao!